so 64 stück sollten reichen komme ich hier so versuche mir einfach mal ein weg nach unten zu bauen und natürlich nehme ich das Eisen mit ist ja klar und es spielt irgendwie kein Lied kein neues Lied auf der Playlist das finde ich irgendwie ein bisschen finde ich ein bisschen schade irgendwie so machen wir so doch nicht so eine Fackel bitte ach nee das ist Eisen habe ich mich verguckt ja Mensch sowas verguckt er sich einfach so das Eisen bitte mit Alter ist hier viel Eisen Mensch sind wir auf eine richtige Eisenader gestoßen oder Silber wie manche auch dazu sagen so ich hoffe wir finden hier dann auch wieder raus älter Schwede Moment Final Fantasy kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen das hat man doch schon mal Towers and Shadows keine Ahnung was das ist hm wie komme ich jetzt so wir sind immer noch in der Höhle ich sehe dich komm ich hier ja schön kann ich den vielleicht hier so das müsste ich eigentlich komme ich an den Scheiße hehehe ähm ja das war so jetzt nicht geplant scheiße wie komme ich denn da wieder hoch vor allem wo bin ich hier gold finde ich hier vielleicht irgendwo auch Melonensamen auf jeden Fall geht es da oben irgendwo noch hin ach hier geht es wieder hoch einmal bitte noch das Eisen sooo alter wie wieso bin ich in diese Höhle reingegangen kann mir das mal bitte jemand sagen ach ach wen haben wir denn da alter jetzt brenne lapis lazuli wie ich habe keinen Platz mehr ähm kommen hier die Setzlinge lapis lazuli könnte ich gebrauchen da kann ich mir nämlich einen blauen Teppich vielleicht machen und die Kohle natürlich schöne Kohle 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 nein ich sing jetzt nicht hier war doch gerade jemand der verbrennt alter wollt ihr mich ihr wollt mich fertig machen oder mit der ganzen Kohle das ist doch jetzt nicht euer ernst und meine Spitzhacke ist bald kaputt ich will doch nur Melonensamen und nicht so viel Kohle was soll ich denn damit alter da haben wir ja fast ein Vorrat für die nächsten tausend Folgen ja es wird und das Inventar ist voll alter äh komm die Schüssel alter Schwede hm so hier ist nichts weiter ok hm ich will doch nur Melonensamen ich will doch nur Melonensamen ich will doch nur Melonensamen einmal bitte dicht so dann nehmen wir hier alles wieder mit und da ist noch Gold Gold viel Gold viel Gold wofür ich es brauchen werde weiß ich allerdings noch nicht aber erstmal haben was ist denn hier los so bloß aufpassen Lava ist ja mein persönlicher bester Freund kennt er ja und ich brauche mal schnell eine Spitzhacke oder zwei dann nehme ich die Crafting Box wieder mit und wieso ist die Musik aus leck mich doch am Arsch nein die Crafting Box ach ich hasse Lava äh komm ich da hab ich das jetzt abgestellt oder ich hab ja so viel Erde dabei ich hab ja so viel Erde dabei aber ich musste mich gerade konzentrieren ja ich musste mich konzentrieren und hier ist doch irgendwo ne Höhle das anscheinend nicht aber Eisen viel Eisen ach 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 Leute wisst ihr mit der Kohle das nervt mich jetzt aber schon ein bisschen ach guck mal hier geht's durch äh Spitzhacke la 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 so hier wieder durch ach jetzt kommen wir hier wieder raus okay 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 ich finde die doch niemals wieder raus so das Eisen nehme ich natürlich wieder fein mit so und dann einmal bitte wieder auf die Fackeln wechseln und jetzt hier war ich schon ah ich hab das Eisen hier nicht mitgenommen böser Fehler böser Fehler jetzt hab ich mir wahrscheinlich den Weg nach oben verbaut oder ne oh ja Mensch da beißt die Maus kein Faden ab hier wo sind denn die jetzt hin ja das hättest du wohl gerne aua wieso treff ich denn nicht alter immer schön auf die weiße Glatze da drei Skelette alter Schwede so jetzt aber hier ich nehme schon wieder extrem lange auf fällt mir gerade auf zweieinhalb Stunden scheiße ich kann nicht die Knochen kann ich gerade nicht mitnehmen aber will ich jetzt auch gar nicht ich will lieber Kürbissamen finden wo bin ich denn auf der Karte eigentlich ach da gut hier ist wieder nichts ist hier hinter vielleicht noch was natürlich leck mich doch am Arsch ja jetzt speicherst du auch noch automatisch äh wir sehen uns gleich wieder ich trinke nochmal schnell was so da bin ich wieder scheiße hier ist nichts hier ist nichts irgendwo hier ist ein Zombie und ein pelziger Freund ha ha ho 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 hä ach da guckt mal flauschige Füßchen weg da ha und jetzt schwumm gleich der nächste hinterher alter wie cool sieht denn das hier aus sieht ja mal cool hier aus naja aber das Wasser kriege ich ja schlecht raus so jetzt bitte alter hier müssen doch irgendwo Melonensamen sein die können doch bloß hier irgendwie zu finden sein in so einer Höhle oder etwa nicht und irgendwo hier ist ein Zombie der ist extrem nah das kann doch nur hier irgendwo sein das gibt's doch nicht der muss doch hier sein oder Bis zum nächsten Mal.